Hallihallo und herzlich Willkommen zurück bei Left for the 2, Hunted Forest, glaube ich. Genau. Die anderen sind auch wieder dabei, die Aufnahmen laufen bei allen wieder. Tonten hat wahrscheinlich jetzt flüssigeres Bild als vorher. Und da war ein Gesicht. Boah, eckiges Stück. Hast du das Gesicht auch gesehen? Aber es ist auch sicherlich aufgefallen, dass wir wieder, ich sag mal, andere Waffen haben. Ja, genau. Das lag grundsätzlich daran, dass der Server abgestürzt ist, während wir eine Aufnahmepause gemacht haben. Richtig erzielt, hier geht's doch um. Daher, nochmal von der Seite aus. Ja, nochmal, alter, 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 alter. Nochmal komplett mit den Startwaffen. Aber das macht uns ja nichts aus. Tonten hat hoffentlich Uncut gestartet. Äh, ja, mein Bildschirm ist blutig. Okay. Ah. Dann ist ja alles gut. Ich hoffe, dass es so eine Einzeige zu Uncut. Und ich habe gerade eben gesehen, dass man... Oha. Äh, dass wir hier maximal, also nur vier Abschnitte haben. Spitter. Okay, Spitter hat Tonten angekotzt. Okay. Und Tonten hat auch den Spitter getötet. Also der Smoker will keiner töten? Nö, Smoker braucht man überhaupt. Komm. Lässt mich doch alleine. Also seine Zunge ist so lang und klebrig, die kann man nur übersehen. Ha, bestimmt. Ach komm, du Drecksack, versperr mir nicht den Weg hier an der Treppe, du. Keiner. Hm. Du Straßen. Also irgendwie ja schon makaber, ne? Ist das wie in der Kirscherung? Ja. Wollte ich gerade sagen, irgendwie schon makaber. Wir sind hier in der Kirche und ballern nur irgendwelche Leute tot. Wir säubern sie, weißt du das? Ja, ja. Ach stimmt, das ist die böse Variante der Toten. Gibt es eine gute Variante? Die Erinnerungsgeister, also. Nee, ich glaub, da müssen wir nicht hin. Also wenn wir schon in der Kirche sind, können wir ja auch ein wenig darüber philosophieren, ne? Hm, nein. Ich glaube nicht. Notwendig. Ja, was sind Geister? Also Geister sind ja für mich die Guten und Dämonen sind die, die scheiße sind. Meinst du? Aber es gibt ja auch böse Geister. Ja, richtig. Also was soll ich eben, ob man dran glaubt. Ja, aber ganz, ich finde Geister verbinde ich eher mit solchen Erinnerungen an toten Freunden oder was weiß ich. Und Dämonen eher so an irgendwelche Vollidioten, die einfach nur scheiße machen wollen. Die jemanden ärgern wollen. Wie liefst mich gerade, Leute? Ja, hier ist noch ein Hunter. Boah, der Jockey ist übliche Ratten. Oh Gott. Oh Gott. Alter, ich werd aufgehalten. No, boah. Er mag ihn so gerne. Ich lebe. Scheiße. Wollte Bambina nicht helfen irgendwie? Ja. Ich bin schon dabei, aber ich bin selber hier gerade voll in der Mangel genommen. Was war's mit Bambina, du? Boah, Alter. Macker. Aber Totten läuft wieder flüssig. Auch bei Action. Kaum bin ich außer Gefecht gesetzt, geht hier gar nichts mehr. Ja, genau. Ich hör'n Boomer. Hilfe. Ich heil mich mal kurz und nehme das Medifit. Alles klar. Ich hör hier trotzdem. Hab' gerade'n Boomer gehört. Ja, mal gut. Zumindest das hatte ich noch mit, ne? Und du hast noch ein bisschen mehr Muni als ich. Haben wir irgendeinen Devri? Ist auch ne Pistole für mich? Macker, das ist aber ne Menge Blut, ne? Ja, irgendwie schon. Haben wir irgendeinen Devri? Ich glaube, ich hab' keinen gesehen, du. Das war nur der eine Hunter. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich hatte, ich hatte versucht Nova zu holen und dachte, ich hab' den Hunter schon gekillt. Welches rote Licht? Ich hab' gerade nicht drauf geachtet. Ja, es war gerade ein rotes Licht. Oh, fuck. Oh, Tata. Brennt. Brenne. Wow, wow. Über uns. Was ist über uns? Ah, Smoker. Jupp. Gern geschehen. Mann, immer Brandstiftung verursachen im Regen. Bär. Bär. Und im Wald. Im Regenwald. Ich hab' keine Ahnung. Mach dir keine Sorgen, er wird sich schon erwischen. Ja. Wahrscheinlich. Tontenlaufer schreit im Kreis. Aua. Ich hab' was umgedreht. Alter, Schlammviecher. Das ist ein Schlammviecher. Was war das schon? Das ist die Glocke? Das ist die Kirche. Das ist scheiße. Da hat auch gerade irgendjemand, glaube ich, das ist ein Schlammviecher. Hier entweder das Vaterunser teilweise gesprochen oder... Tank! Was wo ist denn? Autsch! Genau da wo ich stand. Ah! Ich weiß nicht sicher. Ah! Ich lieg gleich. Ich lieg gleich. Ich lieg gleich. Von normalen Zombies. Tonten! Rette dich! Rette dich! Rette dich! Rette dich! Okay, äh... Jetzt können wir es nur noch besser machen. Tonten hat Stammy-LP geschützt. Äh... Ja, ich würde gerade sagen... Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken und los, ne? Ich hab' diesmal nämlich ne... Nein, keine Schrott. Niemals. Ich nehm' diesmal die... Schallgedämpfe. Ich wollte zwei Pistolen. Nein, das ist schon okay. Wir reißen den Schott meistens nicht aus. Sag mal mal! Ja, auf geht's! Und diesmal beisammen bleiben würde ich sagen. Und wieder das schöne Gesicht? Alle die Leiter planen nach! War das wieder da? Ich hab' gerade nicht drauf geachtet. Jetzt kann ich auch das rote Licht nochmal sehen. Das war alles geplant. Ich wollte nur das rote Licht nochmal sehen. Jetzt hier lang? Nee. Nö. Hö, da geht die Leiter hoch. Ach ja. Oh, doch nicht. Doch? Nee. Hä? Hä? Die war voll offen. Ach da geht die Leiter hoch. Oh. Mein, wir waren aber auch nicht immer. Hä? Wo? Oh fuck! Ach da! Achtung! Könnte sein, dass... Achtung brennt! Nicht hochkommt! Ja, hier oben brennt es gerade. Ja. Hier brennt auch die Luft. Da fallen brennt Zombies eventuell runter. Ja, ich merke der Jockey gerade. Brandte da? Ja, der ist ein Katana. So, hier kann hochkommen. Nee, ich hab' auch eins. Nee. Was, Katana? Wo? Unten. Wo dann? Irgendwo hier in der Menge? Ach da! Schnappstil! Schnappstil! Danke! Ha! Er wollte nur die Pistole haben. Ja, natürlich. Wo man denn so? Ja! Wo man aber wo? Die Katana-Brüder sind wieder da, war Tonnen? Ja. Ich bin gerade... Der steht bestimmt irgendwo in der Ecke und kotzt gleich. Der hört sich total krank an. Ah, Auge juckt. Abel! Was ist außer Gefecht? Ich war außer Gefecht. Ich musste meine Auge jucken. Ach so. Juckte. Hahaha. Ich hör irgendwas... Ich hör'n Hunter. Ja, hier ist irgendwas Tolles. Hier unten? Wartet! Bambina, komm! Ja. Ja. Macker, ich spring' von da oben runter, um Tonnen zu retten. Und was macht Nova? Er klaut mir den Kill. Weißt du, ich komm' von der Treppe runtergesprungen, Alter. Ja. Wie ein Held komm' ich da auf Tonnen zu gesprungen. Und... Und Nova versaut mir die Chance. Das nehm' ich dir jetzt übel. Oh. Ja. Das ist mir egal. Hahaha. Verdammt Jockey. Ja komm, lass' ihn laufen. Hahaha. Die hat mich vorhin schon laufen lassen. Ich hab' versuch' dir... Ich hab' versuch' dir daher zu kommen, aber mich haben irgendwie ein paar Zombies aufgehalten. Dann hab' dir Bambina einen Stich gelassen. Da war ich auch noch auf dem Weg hin, aber dann haben wir wieder ein paar Zombies aufgehalten. Charger! Du bist halt auch zu langsam. Charger! Ton rennt ja einfach mit seinem Schwert durch, Alter. Mokka, Mokka! Mitten rein! So schnell kann ich gar nicht zielen, Alter! Und weiß, dass man gerade in die Hunde um in die Nacht hat! Und weiß, dass man gerade in die Hunde um in die Nacht hat! Und weiß, dass man gerade in die Hunde um in die Nacht hat! Rotes Licht? Oh, rotes Licht! Vorbei! Ist es nur so kurz aufgeblitzt, oder was? Genau! Sind die irgendwie Geister oder so? Jesus Christus und... Ja, warte mal, ich muss mal heilen kurz! Kann man hier oben rauf? Habe ich auch gerade eben versucht! Ah, ne, lieber nicht! Da! Das tut gut! Das war ich! Fürchtet auch! Das tut gut! Das war ich, glaube ich, der das gesagt hat! Ja, das war's! Warte, warte! Hier kam doch der Tank, oder? Ja, aber diesmal wahrscheinlich nicht! Diesmal ist alles irgendwie ein bisschen anders! Gott sei Dank! Obwohl, das heißt, der Tank kommt später wieder! Oh, AK! Was ist das für Geräusch? Ist das ein Boomer? Hier ist eine AK und nicht! Und hier sind Konflikte oder so! Für einen Jockey! Da ist er doch! Da ist er doch! Da ist er doch! Da ist er doch! Das ist der Tank! Das ist der Tank! So, rückwärts laufen und schießen wieder! So, wenn wir keine Probleme haben! Gönnen wir er! Victor! So ist der Donner, das Ding! Au! Tank hat Tonnen aus dem Gefecht gesetzt! Er ist auf! Ja, er ist so ein Boden! Sehr schön! Oh, 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 oh! Totigger! Ach ich kanzlere Sachen, Schmieck! Ja, Jockey bei mir, Jockey bei mir! Jockey bei mir! Ach ja, Jockey bei mir! Jockey befristet nicht! Aber was für eine hin? Was? Das wäre großartig! Oh, so ganz точно. Hier ist noch genau ein bestimmtes Projekt! Nein! Wir haben's nicht Wir haben die Anarbeitung das echt gut damit gewählt! so was halt nicht hinterlässt und war auch wieder das Gesicht gewesen er habe ich auch nicht mehr als Wachstum Autos Prozent kommt ins Haus sie könnten Sachen liegen alle Projekts mit dem Traum der Linke eine Sachen nicht mehr zu kommen was hat ihnen aber auch immer hey wie habe ich den denn getroffen hinter uns oder über uns neben uns mag ja man da war ein riesen babyface im himmel mag ja das ist echt creepy aber es ist geil eingebaut irgendwie da weil man überhaupt nicht damit rechne kommt das warum habe ich hier ab und zu mal ein paar lösungen und mediker warum habe ich hier ab und zu mal ex genau hier an der stelle dann gehe ich an die stelle ich will mich aber hier umgucken obuma kotze mag gar keine pfeil scheiß leckert der hand der hat er ist hier irgendwo ich habe ich habe ihn gefunden und wieder leck das ist auch echt ätzend gerade Achtung schnell durch es ist zufällig kann das irgendwas mit dem server zu tun haben ich glaube ich die Lichteffekte von der hat was auch um zu lexeln weil vorher vom lieb ja da war gerade noch mehr das ist noch gar da singt irgendjemand ich höre nicht die Hörner Schüsse die Schwierigkeit kann man irgendwas mit der Anfänger sehen irgendwelche Geister roten Lichter von Wiener Stimmen in der Stadt und nach dem Level sind wir echt vollkommen psycho gestört wenn uns danach alle in der Klapse wiedersehen ob es irgendein Horror-Game gibt was man zu viel zocken kann, das wäre irgendwie voll cool ob es irgendein Horror-Game gibt was man zu viel zocken kann, das wäre irgendwie voll cool gibt's bestimmt bestimmt ja ja komm lass durchlaufen gefährlich und so äh, es war gerade Englisch bis wir wieder durch äh, haben wir die Gefahr? hä, wir müssen doch noch nicht einfach durchlaufen, oder? kann man da überhaupt durchlaufen? Thornton riskieren, du hast am wenigsten Leben ne, ne, ey ah, okay, das ist nur eine Alarmanlage, okay warte, ich habe Boomer-Kotze Achtung, weg da wo war das Face? hier mitten im Raum? direkt vor meinen Augen sicher deine Aufnahme denn wow, jetzt Brand-Money ja, her damit hinter uns, hinter uns ja, Smoker sehr schön ne, doch nicht, bei Wiener, wow ha, ha ich dachte mal, er hat gerade kein Medikid alle haben sie eins, okay ja, alle haben warte, ich baue, ich baue mal eben die Brand-Money hier auf ne, Splitter-Granaten ne, Splitter-Granaten überall Viecher bei mir kann ich nicht mehr Maka und bei mir sind voll die Legs oh ja so, Splitter-Granaten liegen hier mit seinem Katana ja, jetzt kommt zurück ihr könnt Splitter-Granaten holen so, jetzt habe ich sie, Dankeschön hier ich frage mich echt, alter, was sie scheiße soll mit den ganzen Legs-Bikes hier oh Georgia, au, hat mich ja ist richtig, hey, wie sah der mich losgelassen ich glaube, mein Left-Verdad kommt nicht damit klar, dass es ewig auf Deutsch und Englisch hinterher springt das ist von mir aber auch so das kann sein, weil, jedes Mal, wenn da irgendwie die Stimmen wechselt leck das kurz ach, da kommt ja noch ein paar na, geil, komm wir hier überhaupt noch durch feier äh, müssen wir hier gerade auslangen, ja, ne ich heil mich mal, ich heil mich das ist gerade eine gute Gelingheit na, mach mal äh, war hinten nicht noch irgendwie naja, das habt ihr ja schon gemacht ooooh alter, da kommen auch gleich sofort wieder neue, ne keine Pausen ooooh, das war klar immer ich oh fucks, bitte und ich häng hier fest ich hab keine Munition mehr ich hab keine Munition mehr ich hab keine Munition mehr hier liegt Munition echt ja, da vorne tatsache liegt wirklich Muni geil sehr schön hat mir gerade hinter mir hatte boah alter, ne M16 oder so sehr schön für dich nicht hier in der Ecke, könnt ihr auch nehmen Muni aha wow, das haben wir ja noch gerade so geschafft obwohl es geht eigentlich die Map sieht echt creepy aus ey ich bin jetzt irgendwie gewappnet, dass ihr irgendwo wieder diese scheiß Face kommt ne, weiter okay, hier sind schwecken wir hier oh, wir kommen auch von hin ah, hier können wir mit der Leiter hochgehen komm, von hin jo, Leiter fuck Hunter ich konnte leider noch nicht schießen, weil ich noch auf der Leiter war jetzt bin ich auf zwei mal geil, der hat hier echt gut gelauert, ne ja alter, diese Lecks nerven Fitter und Mocha beide ein wenn ich bitten dürfte weg danke was denn jetzt habe ich Nova im Rücken geschossen ja ab das ist bestimmt kurz vor dem Safe Room hier wieder alles hier sind hier sind die Medipatte oder so oh, ich bin immer ich bräuchte ich bräuchte auch aber nimm dich auch ich auch erstmal mal hier den scheiß Alarm aus, ne ach, das war das oh 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 결국 der Spit ja roh der sie o oh 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 zu aber weiter mit dem exkantium nichts gehen weil ich habe den drogen von dem in der Spritze die Marktkarte dieser Lecks aber auch nicht mehr so ich kriege gleich ein Rage-Tripp weiter hoh 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 ja weiß ich nicht alle drei paar Sekunden Dann kommt einmal... Ah, Standbilder. Puh, diese... Also der andere Server, den wir hatten, war besser. Der andere Server war echt besser. Oh, Tonnen und ich. Das liegt nur an meiner Waffe. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Trotz aus dem Katana hab' ich recht wenig geschossen damit. 35, 80. In Tonnen läuft der Ruder mit rum. Also meine Zuschauer, die werden Spaß haben, auf jeden Fall. So eine Superkiller, so eine Superkiller hab' ich auch mit dem Katana gemacht. Ey, weißt du, bei dir kriegen sie so geile, ne, warum ist Alice inaktiv? Weil der noch nicht im Ladebein ist. Achso, bei Tonnen kriegen sie voll die krassen Szene. hinzusehen und bei mir kriegen sie Legs-Bikes, weißt du? Ja, geil, ne. Ne, die will ich nicht. Die will ich nicht. Also irgendwas haut hier nicht hin. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn das heißt, Hunted Forest voll mit Spugen und was auch immer. Genau. Ich hab' keinen Bock mehr auf diese ganzen Legs. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschau. Nahres.